deswegen ist sport fm in belgien wegen dieser schundpresse einfach ja berliner zeitung hier steht es ganz klar nah am wasser wenn es sommer wird und so gestern war ein unwetter da sind die bäume abgeknickt wie zahnstocher ja hochwasser es gab tote und so weiter ja die zeitung macht so als ob schön wetter ist ja fußball triumph ist klein in der ecke odessa krieg ist auch gar keine frage ja hitze in griechenland alles dass es da brennt völlig egal ja hier krankenhäuser verklagen den senat und so was wichtiges ja wie wahlwiederholung bundestagswahl wahlfälschungen mitten in europa in deutschland in berlin gefälschte wahlen ja da schreibt man lieber das wetter ist schön auch wenn es regnet ja blitze einschlechen die leute rumfliegen ja wie salzstangen bomben hauptsache man schreibt nicht die wahrheit hier steht es